Musik 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 Die Idee war, dass wir ein Baukompetenzzentrum bauen, wo der Kunde möglichst kurze Wäge hat und alles aus einer Hand bekommt. Musik Musik Wir haben hier grosszügige Räume, schöne, grosse Glasfronten, wo wir uns in wunderschönen Rampen präsentieren können. Zusätzlich können wir diese Energie nutzen von den verschiedenen Firmen, die hier drin beheimatet sind. Musik 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 Ich kann die Ausstellung nach meinem Geschmack einrichten, so wie mir das gefällt. Musik 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 Wir sind in der ganzen Schweiz tätig, darum haben wir dort zentrale Standorte gesucht und auch gefunden. Wir sind auch in dieses Baukompetenzzentrum eingezogen, um Synergien zu nutzen, um die Sachen mit den Kunden anzuschauen, und auch die Details besprechen zu können, damit der Kunde optimal beraten ist bei uns und sieht, was er schlussendlich bekommt. Musik 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 Es war Liebe auf den ersten Blick. Das wunderbare Gebäude bietet uns einen idealen Rahmen, um kreativ zu arbeiten. Musik Musik Wir haben hier einen genügend Platz für unser Top-Spritzwerk. Musik 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 Es waren drei Punkte. Das eine ist, wir konnten Kleiderbügelproduktion übernehmen. Das zweite, wir konnten unmittelbar bei uns Räumlichkeiten mieten. Und das dritte ist, die Synergienutzung mit den Leuten, die im Mietobjekt sind. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020